Ja, Leute, ihr werdet euch bestimmt wundern, jetzt ist hell. Wir haben gerade die Mission hier gestartet und da bin ich rausgeflogen. Mal wieder. Ja, das lag aber nicht an meinem Rechner, das lag am Spiel. Nein, 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 das ist einfach mal. Wir haben ja hier noch ein bisschen was weggeräumt und dann kamen noch ein paar Gegner, die haben wir weggeknallt. Und jetzt müssen wir hier rein und jetzt geht's los. Wir labern nicht lange rum. In der Love Street hat er so weggeknallt. Wieso sagst du Air-Nation hier? Und dann haben wir hier auch schon ein bisschen was weggemacht und hier bin ich rausgeflogen. So, wir müssen weiter. Wider hier. Die links, ich rechts. Oh! Da oben wahrscheinlich. Ah, oben. Die links, ich rechts. Äh, rechts, die links. Wo ist es denn? Ich seh's nicht. Doch da. Bei mir. Da ist. Da! Da, hier! Kennst du diese Dinger hier? Ah. Zum Fuß, ähm, zum Schuh saubermachen. Zum Fuß saubermachen, ja genau. Ich hab Geduld, aber das hat Priorität. Kannst du sie in der Love Suite? Kannst du sie nicht schauen? Oh, du hast du das Verluste in der Bedingschaft geben. Egal. Weiter mit. Fick dich, Kina, hast du gehört? Fick dich! So, ich brich mal. Aber ich besorge, dass das der sich startet in der Bedingung, dass du uns Ruhe lässt. Oh, ich hab' ja gesehen, wie die Muskeln sich anspannen bei dem Herrn Hoxen. Keine Sorge, es wird sich für euch lohnen. Klar lohnt sich das. Kommt sie mal rauf, sie können sich auch mal brechen. Ich? Ja, brech nicht. Nein. Schütz die Vorräte. Deutsches, kümmern sie sich darum. Wird gelacht. Oh, das kann ich aber nie nochmal machen. Oh, da sind ganz viele. Alles, was sie denen wegnehmen, können die nicht an China schicken. Genau. Nichts da haben Kinas Vorräte. Wenn China seine Vorräte nicht kriegt, seine Vorräste. Dann ist es vorbei. Dann wird China ganz schön böse, ne? Der Kini. So, hier halt die schon mal fest. Der war ja auch mal eine Division. Die Division, ey. Halt doch mal den Rücken frei. Alles geplündert. Oh, scheiße. Hey, stell mal lieber ein Geschützi. Ja, besser wird. Ich stell auch mal Geschützi. Da kommt noch einer von rechts. Der ist aber weg. Da ist einer von rechts. Weiter geht's. Wie jetzt? Ich hab ein Geschütz gestell. Jetzt geht's weiter. Kiste sichern. Wir müssen Kisten sichern. Ja, deswegen ist das Geschütz-Schwachsinn. Oh, der Datsch ist da. Ehrlich? Wo ist er denn? Dann werde ich das mal rauslocken. Warte, schmerz. Warte, sag mal. Ich hab immer meine Musilvermuse. Oh, das macht eigentlich nicht mehr. Eintreffende Gegner. Wie viele Treppen denn da ein, Leute? Ich glaub, die will ich umgehen oder so, ne? Ja, ja, ja. Und wer ist da schon tot? In meiner Superwumse hier. 208.000 Schaden. Oh, das ist echt geil. Die konntet ihr so am Shop kaufen. Echt total cool. This weapon is very, very cool and handable. Come on. Scheiße, die haben eine Kiste haben die mitgenommen. Oh shit. Die nehmen die ganzen Kisten mit. Ja, ja. Ich mach die hier fertig. Okay. Hier ist ein Echo. So, hier ist noch was. Ah, hier ist auch noch nicht die C-19 fertig. So, haben wir. Okay. Echo machen wir gleich. Muss mal eben kurz mein Geschütz kaputt machen. Ah, nee, hab ich gar nicht mehr. Ja, danke. Das war super. Kannst du jetzt mal wieder aufheben. Hä? Gut. So. Wie reden Sie? Ich rede mit meinem Geschütz. Komm, einmal das Echo hier. Echo. Wo hast du die hier? Das ist nicht Teil der Abmachung. Ich muss wissen, dass die funktionieren. Sprich mit dir. Er kann die Lenkssysteme auf den Bords checken. Was ist mit dem Rest? Wir haben zera Kisten, Aluminium, springsetzig, wie Kalienproteine, alles. Ja, wir haben eine Kiste. Können Sie mal aufhören, auf der Stelle zu laufen? Ich habe noch ein paar Dinge für die Liste. Gib uns genug Zeit, dann finden wir alles. Ich bin hier in Richtung Ampere sehen. Die Mischung ist sehr speziell. Und wir müssen das Erdgeschoss erreichen. Die labern noch. Dragoff versorgt Kina mit Material für seine Biowaffe. Keine Ahnung, was Kina alles schon bekommen hat. Wo hast du die hier? Verdammte Scheiße Agent. Wir müssen Dragoff so schnell wie möglich kriegen. Okay, weiter geht's. Komm. Ja, wir werden ihn auch so schnell wie möglich kriegen. Oh, das sieht wieder so scheiße aus hier, ne? Ist Dutches tot? Ich will, dass ihr die alle umlegt. Lasst diese Arschlöcher leiden. Bruni! Geschützi! Oh, so ein Rondell auch. So ein Rondell. Noch mehr. Ich komme bestimmt alle von unten nach oben, ne? Das ist aber gemein. Und dann noch so Blitzendinger da. Oh, was kommt denn da für einer? Ich guck mich mal eben ein bisschen auf. Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt da hinten. Ja, das ist wohl gemacht. Deswegen sollten wir hier ein bisschen weggehen. Feinde in der Nähe. Ach, du bist dort? Der ist alles weg. Tod? Ja. Da siehst du mal, wie sehr dein, dein Geschütz nichts bringt. Oh, das hat schon was gemacht. Ach, hier unten sind sie. Bisschen was bringt das da? Aber die Knarre ist geil. Ey, 208.000 Schaden. Wo denn? Unten? Wo denn sonst? Wir laufen ihnen gerade entgegen. Ah, okay. Ja, wo der Fall ist. Oh, scheiße. Oh, 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 oh. Einer down. nach ist echt geil obwohl du die schaden müsste ich mal pro schuss auf auf dem lmg-arm das wäre geil kommen wir in den gegend ein kürzchen bereit es wird zeit die kontrolle zu übernehmen aber auch nicht ganz ruhig überstürzen sie nicht einmal ein bisschen was für meine super bumse ganz ruhig erhoxen verspürzen sie versteht our town our rules unsere stadt unsere regel heißt das kann ich jetzt keine auch our town our rules oh mein scheiße ja nichts sag ich wohl mach mal ne dann machen sie mal mal was passiert auch rolltoren gehen auf und es macht ja das stimmt aber das machen sie auch und dann geht die dahin da können wir nichts machen da können wir nichts machen nicht wo ich den raum schießen sollte schützi was geschützt schützt 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 sie meinen sie auch den tiefen der dahinter steht da steht da steht da steht da steht da steht da steht mich mal hinter ihnen die machen das schon weg hier weg da ja der hat den aufer aber die super mal gucken ob ich euch nicht in den arsch treten kann so vielleicht nicht aber genau ich komme mal dahin kommen sie mal zu mir bleiben sie mal da das ist nicht so leicht ja merke ich gerade scheiße du musst da weg scheiße doppelsprung man ja ja ich mache ja schon das haut die ab ja ich muss mich mal eben heilen weil ich wäre sonst auch glatt gewesen so ich können wir wieder ziehen ja mach die erstmal direkt da ok ey ich find's getötet ey meine güte die sind gar nicht so einfache Leute ja ich bin tot ne ja ja ich weiß aber ich kann ja nichts machen solange die da noch alle rumrennen zehn sekunden alter ja du kannst da liegen bleiben ich hole dich schon machen sie sich mal keine sorge sie brauchen die neustart machen das wäre ja ein bisschen feige zwei sekunden meine güte ich hole dich auch danach nochmal ja gott immer diesen stress maker ja null sekunden ja ich bin doch doch schon dabei tot nein sie sind doch nicht tot sorry bin tot das ist ein stress making das ist ein bisschen tot das ist ein bisschen tot müssen wir uns vorbei schleichen Ich muss mal rein gehen hier in die Gebäude. Einfach in die Gebäude, ja genau. Aua! Der schießt aber gut, ne? Muss ich wieder wegspringen? Warum krieg ich den denn nicht, man? Aua! 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 Verdammt! Du musst auf den Geschützturm draufhalten. Warum? Weil du den dann kaputt machst. Ah, ich hab aber hier noch andere Geschütze. Scheiße! Du bist jetzt weg. Mein Leute! Hab ich keine Mühe mehr! Hab kein Kino, ich hab keine Mühe mehr. Ich hab keinen Mühe Sharon mehr, oder? Wiss ich nicht? Das ist nicht so gut, dass wir hier sind. da muss man muss auf sein auto an ja sicher muss auf diese x-Tafeln schießen nein musst du nicht doch musst du wohl hab ich doch schon gemacht ich hab keine Munition mehr wo ist sie? drin? fuck 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 ja hier weiter drüber aua vielleicht bin ich gleich hier tot hier ist doch gar keine Muni wo ist die Muni? aua wo ist die Munition? ja da war noch eine Kiste in dem Raum hier ist keine hier ist keine Munikiste wo soll die denn sein? ich müsste da eigentlich gestanden haben hier ist keine Munition ah ich muss hier weg wo soll hier Muni sein? da bin ich hier gelegen sind doch von oben gekommen ich hab keine Munition mehr hier ist sie alles wieder draufballern auf die Karre und denken sie dran sie müssen die Schilder mit dem X ja ich hab sie schon verstanden das heißt sie müssen erstmal in der Position sein dieses X zu sehen ich habe sie schon verstanden ok ich hab immer noch keinen zu wenig ja dann müssen sie aufpassen nicht ich da schießen wir so auf der Dicke wo daraus oh weggehe so wir müssen einmal von der Seite jetzt hier auf das Geschütz so da ist was da ist was ich schieß da mal drauf ich werde beschossen ja ich schieße gleich ist dort Geschüssplatz jawoll hinter uns ist noch einer, der will noch eine Schnauze hinter uns ist noch einer der will noch eine Schnauze habe ich muss mal jemand ausschalten heute könnt man gucken dieses zielen mit dem ding ist total für den arsch ich trifft da gar nichts deckung markieren zielen durch ansehen das schalte jetzt aus so also wie gesagt immer diese schilder an herrlich jetzt habe ich wieder vier mili jetzt fühlen sich wieder wieder ich brauche könnte einmal machen sie denn da auch noch ein bisschen mach die Räume auf Aua Aua Meister Glaube ich nicht Zack Hier ist es aber gut Na komm, heg dein Köpfchen Ja Guck mal hoch Wo schießt ihr denn hin? Was hat er jetzt gesagt? Tschüss Wichser Moment, ich schalte mal ganz aus Nervt, nervt Nervt Ich treffe einfach nicht Okay Aber es sieht ja geil aus Wenn man das nicht Markieren durch ansehen Ne auch nicht Leute, guckt euch das an Erweiterte Sicht ausschalten So, ich lass das jetzt mal so Und ich war ja schon in New York Ich glaub vor drei oder vier Jahren Und wenn ihr das hier so seht Das ist wirklich so Ihr steht hier unten Und guckt nach oben Und seht diese riesen Dinger Und das ist ein Gefühl Man kommt sich sehr klein vor Du bist ja auch klein Schon irre Du bist ja jetzt kein Riese oder so Ja, das nicht Aber so Die riesen Gebäude um einen rum Müssen sie Vor allen Dingen Da kommt die Sonne Oh, hier achtzig liegen da hier Hier liegen die ganzen achtzig In der Motorblöcke rum Jo, jo, jo Sind zwar Unfassbar Und weiter geht's Ja Ich hab jetzt halt Eye-Tracking ausgeschaltet Also jetzt hier da zielen und so Ich hab mich total genervt jetzt gerade Jetzt kommt das nächste Gebäude Hier rein In die Arena und Güm Wollen wir da jetzt rein in die Arena und Güm? Ja, sicher Hallo Hallo Arena Oh, hier schön Hier ist Holz Meinen Sie, die haben auch einen Love Suite hier? Ja, bestimmt alles mögliche hier Die schießen ja schon auf uns Ach, das ist nicht, ja die Ach, das ist nicht, ja die Ach, das ist nicht Ach, das ist nicht So, jetzt klappt dann auch wieder mit dem Ziel Jetzt kann ich mich wieder auf sie verlassen Kann jetzt nur noch, wenn ich hinschucke Kann ich jetzt nur noch, brauche ich nur die Leiterste drücken Und dann passen Aua Was ist denn hier los, Leute? Brody Ah, da ist doch einer mit Dienstwunkster Aua Ich hab's nicht, ich hab's nicht, ich hab's nicht Vielleicht Ich kann im Moment gar nichts Ich will nur den Typen wegmachen, sonst nix Ich hab nichts anderes im Sinn gerade Oh, nee Warte mal, ich guck mal Ich kann dich nicht heilen Ja, der gelbe ist tot, ne? Ja Oh, scheiße Hier ist ja noch einer Warum sagt das nicht keiner? Da ist noch einer Ja, sicher, der ist bei mir hier Soll ich aufgeben und neu ist vor uns oder was? Warten sie Ah, der hat mich geblitzt Sieben, zwanzig Sekunden mehr Da rennen noch mehr Soll ich neu starten? Ja, mach's doch einfach Ja, mach's doch einfach Versuch mir gerade den Typen hier vom Hals zu halten Ja, ich bin da Jetzt lieg ich Pass auf! Halt die Fresse Ähm, Miri? Ah, der hier? Ja Ähm Das war scheiße Das war Ja, ich wusste nicht, dass das sofort am Anfang kommt Toll So, Leute Wie das hier weitergeht Wir sehen mal gleich Tschüss Okay, ciao Ciao